Von Hertha speziell für Sie. Farmerschinken Virginia. Nach Südstaatenart. Fein gewürzt, mit Honig veredelt, über Hickory Holz geräuchert. Eine legendäre Spezialität. Farmerschinken Virginia schmeckt unnachahmlich. Würzig, saftig und mild. In bewährter Hertha-Qualität. Jetzt in der Kühltheke. Wie alle Schinken-Spezialitäten von Hertha. Na, was sehe ich denn da? Hat er denn auch einen Airbag? Ja, sicher hat er den. Los, einsteigen. Hier. Oh Mann, ist der wendig. Er hat auch Seitenaufbreitschutz. Auf beiden Seiten? Ja, ja, und er hat auch ABS und 60 Ventile. Oh, komfortabel und geräumig und ziemlich runde Form. Den kaufe ich meinem Mann. Aber du hast doch schon ein tolles Auto. Der Mikra. Er kann, sie kann. Nissan. Ach, ich hab ihn ja so richtig lieb gewonnen. Gewinnen können auch sie. Jetzt bei Nissan. Jetzt hab ich's aber dicke. Probieren Sie die neue Diät mit dem tollen Geschmack. Fettarme Milchensglas, Rapid Diät Ratio Farm dazu, kräftig mixen. Rapid Diät Ratio Farm. Abnehmen nach Ihrem Geschmack. Also die haben gesagt, ich krieg 100.000, wenn ich für Hochland Patros werbe. Frag ich. Die machen gerade einen Dollar, sagen die Käsewürfel. Sag ich, Moment, das muss ich schon erst einmal probieren, gell. Ja. Gipunkt. Hochland Patros. Der Genießer-Väter. Wie ich mich jung und fit halte. Ja mei. Ich mach ein bisschen an Sport, ich ernähre mich gesund und ich nehme jeden Morgen eine Vitalkapsel Evita Plus. Damit bin ich gut versorgt und ich fühle mich einfach wohl. Das Geheimrezept von Uschi Glas. Evita Plus. In ihrer Apotheke. Wolwig aus Frankreich. Mit seiner ursprünglichen Reinheit und seinen Spurenelementen gibt Wolwig uns Lebenskraft. Wolwig weckt Lebenskraft. Mutti, hast du mir einen Mohnkopf mitgebracht? Mutti, krieg ich Schokolade? Mami, kann ich ein Schoko-Eis haben? Ab jetzt können Sie Ihren Kindern eine ganz neue Art von Schoko-Snack geben. Kinder Pinguie. Der ist aus zarter Schokolade. Einer hauchdünnen Kuchenschicht. Und mit frischer Vollmilch gemacht. Sodass er wie Milch in den Kühlschrank gehört. Schmeckt super, Mami. Kinder Pinguie. Der Schoko-Milch-Snack. Jetzt neu im Kühlregal. Satz 1 präsentiert. Crying Animals. Rockstars engagieren sich für die Umwelt. Mit R.E.M., Tina Turner, Joe Cocker, Wet, 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 George Michael und Bill Collins. Crying Animals. Die Besten auf einer CD. Für eine gute Idee. Bitte beachten Sie den sahnekremigen Käse rechts. Bitte beachten Sie den sahnekremigen Käse links. Nein, nein, rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Bergader. Das ist ein Käse. Jetzt hab ich's aber dicke. Probieren Sie die neue Diät mit dem tollen Geschmack. Fettarme Milch ins Glas. Rapid Diät Ratio Farm dazu. Kräftig mixen. Rapid Diät Ratio Farm. Abnehmen nach Ihrem Geschmack. Dies ist nicht unsere Erde. Sie gehört unseren Kindern. Der grüne Punkt hilft Verpackungen zu sammeln und zu verwerten. Und so wertvolle Rohstoffe für die Generationen nach uns zu schonen. Sonst haben wir Kindern das Leben geschenkt. Sie aber ihrer Zukunft beraubt. Der grüne Punkt. Setzen Sie ein Zeichen. Die muss sagen werden. Ich hab die schön auf. Die kommen raus. Psst. Nenu. Backen ist Liebe. Sanella ist Backen. Nicht identisch. Aber. Nur zur Erinnerung. Tomapurin Schmerztabletten. Damit Sie den absoluten Höhepunkt der Knabberlust erleben. Goldfischli von Wolfbergstraße. Der erste Wolf, der backen kann. Sat.1 präsentiert. Detlef Jöcker. Seine schönsten Lieder. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Singen alle Kinder mit. Da steht der Zauberer Schmerzt. Pädagogisch wertvoll für Kinder und Eltern. Detlef Jöcker. Einer, der die Kinder versteht. Die Entdeckung. Täglich neue Lebenskraft für reife Haut. Neu. Nivea Vital. Nivea Vital. Unsere erste Gesichtspflegelinie für reife Haut. Eine spezielle Vitaminkombination gibt Ihrer Haut täglich neue Lebenskraft. Neu. Nivea Vital. Die Gesichtspflegelinie speziell für reife Haut. I love Milka-Pralinen. Zarte Milka-Herzen mit feiner Nougat-Füllung. I love Milka-Pralinen. Für die, die dir am Herzen liegen. Nur in Sat.1. Erfolg in Serie. In besessener Leidenschaft geht ein junger Mann bis zum Äußersten. Ich knall dich ab. Doch Ass hakt nach. Haben Sie ihm gesagt, bitte töte meinen Mann? Damit ist längst nicht alles geklärt. Sag mal, du weißt ja wirklich was über den Fall. Quatsch. Nee, 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 du... Nein! Ass. Dienstag, 20.15 Uhr in Sat.1. Das Buch zur Serie Ein Bayer auf Rügen, Band 2. Ab sofort im Handel.